Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 3. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 948. Und ja, ich bin's wieder. Der Achim schafft es leider diese Woche nicht, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Arbeitslast ist einfach zu hoch. Deshalb unterstütze ich ihn heute mit der Mittwoch-Folge. Telegram, Migros, Blastore, Stadia und iOS 14 sind die Themen, die ich heute mit reingenommen habe. Zum einen beginnt es mit Telegram. Wer dahin wechseln möchte und von WhatsApp kommt, woher sonst, der kann Gruppenchats, wenn man die dann mitnehmen möchte, einfach exportieren. Das geht in iOS unter anderem über den Punkt Chat exportieren und dann eben rüber in den nächsten Messenger wie Telegram. Und bei Android geht das über das Menüpunkt mehr und darunter versteckt sich dann Chat exportieren. Wer es genau machen oder genauer nachlesen möchte, wie das geht, lest doch bitte die Anleitung durch, die wir euch auf daily.geek Talk.ch verlinkt haben und oder im Podcatcher eures Vertrauens. Weiter geht's mit einer Neuigkeit von Migros. Im letzten Jahr, für alle deutschen und österreichischen Zuhörer, vielleicht noch kurz, Migros ist der grösste oder einer der beiden grösseren Detailhändler hier in der Schweiz. Der grösste Händler, wie auch immer, genau. Und die haben ja, oder besser gesagt, im letzten Jahr hat ja schon die Schweizerische Kiosk AG das Ganze getestet mit einem leeren Laden, quasi ohne Personal, wo man das Ganze über die App einscannen kann und wieder verlassen kann mit Bezahlen direkt über die App etc. Und das gleiche testet aktuell auch die Migros und zwar in Grenchen, Solothurn, das ist relativ nah hier von mir. Mal schauen, ob ich da mal vorbeigehen werde. Aktuell ein bisschen schwieriger, ihr wisst ja weshalb, aber mal schauen, vielleicht das könnte mich noch anziehen. 500 Artikel gibt's da, also somit könnt ihr euch in etwa vorstellen, dass die Migros-Filiale keine grosse, normale Migros-Filiale ist, sondern ein bisschen was Abgespeckteres. Ich bin aber extrem gespannt, wie das ankommt und wie man das Ganze umsetzt und wie das vor allem bei den Kunden ankommt. Bei den Kunden ankommen wird auch eine neue Funktion, die sich Blastore nennt. Das ist ein Sandbox-Mechanismus für iMessage. Wir hatten es in den letzten Jahren immer wieder mal ein bisschen, dass der ein oder andere Attacke über iMessage auf ein iPhone gekommen ist. Wenn man dann da draufgeklickt hat, dann hat man sich meistens ein eingefrorenes Smartphone bekommen oder sonst ein abstürzendes Telefon. Darüber liessen sich natürlich auch oder hätten sich auch andere böse Dinge einschleichen lassen. Apple hat da wohl schon seit einem Weilchen dran rumgearbeitet und eben mit Blastore kommt jetzt eine Möglichkeit, wo die iMessages in das Gerät prasseln, in diesem Blastore drin landen und sich da dann auspacken. Total isoliert von allem anderem, ganz einsam, verschlüsselt, aber auch sicher. Denn wenn da Schadcode drin ist, na dann ist es halt in dieser Sandbox drin und tut euch und eurem iPhone nichts. Tolle Neuigkeiten für alle iOS-Besitzer, würde ich doch mal sagen. Weiter geht es mit Google Stadia, ein Dienst, der immer wieder schon mal totgeredet wurde. Diesmal hilft Google aktiv, das Gerücht weiter zu verbreiten, denn sie haben bekannt gegeben, dass sie die eigene Spieleproduktion einstellen werden. Auch personell hat das ein bisschen was zu bedeuten oder bedeutet. Und das gibt natürlich grosses Aufschrei. In vielen Foren und in vielen Blogs konnte man lesen, Google Stadia geht zu oder so ein Quatsch. Nee, ich denke, Google hat einfach gesehen, dass das eigene Spiele entwickeln, so wie es Microsoft schon seit Jahren anpeilt und auch Sony mit ihrer PlayStation, dass da sie ein bisschen im Hintertreffen sind und dass das über viele Jahre sehr viele Investitionen bedeutet. Sie werden vor allem oder konzentrieren sich vor allem auf die Plattform, dass da alles stimmt, dass nachher die Spieleentwickler ein gutes Game bringen können, wo auch das dann schlussendlich auch funktioniert. Cyberpunk 2077 zum Beispiel, was man ja auf der Xbox und auf der PlayStation nicht spielen konnte, hier aber auf der Stadia hat es funktioniert. Übrigens, bald gibt es wieder eine Spielefolge im Geek Talk, Format im Grossen. Da werden wir sicherlich auch ein bisschen über Stadia sprechen. Wer da ein bisschen was mitbekommen möchte, haltet es im Blick oder in euren Ohren, besser gesagt. Weiter geht es noch mit der letzten Neuigkeit von heute. iOS 14.5. Nein, ihr müsst kein Backup machen und ihr müsst noch nicht die Updates anschmeissen. Es ist noch nicht draussen. Das ist erst ein Beta, aber dennoch aktuell ganz stark in den Medien vertreten. Apple hat eine neue Funktion eingebaut in der Beta und testet es da. Vielleicht kommt es in der nächsten Version dann raus. Vielleicht geht es auch noch ein bisschen länger. Was hat Apple getestet? Ja, genau. Die Möglichkeit über Face ID ein Smartphone, das iPhone zu entsperren, ohne die Maske abzuziehen. Es soll dennoch sicher bleiben, aber nicht so sicher, dass Apple die Geschichte mit Apple Pay auch damit steuern lässt. Wer also bezahlen möchte im Laden, muss nach wie vor die Maske kurz runterziehen oder auf den Code zurückgreifen oder auf den alten Geräten natürlich mit Touch ID das Ganze machen. Tolle Neuigkeiten. Ich bin mal gespannt, wenn das Teil bei uns in die iPhones kommt und wie das schlussendlich dann auch funktionieren wird. Das war es für heute. Ich kann euch nicht garantieren, dass ich am nächsten Tag, was kommt nachher Donnerstag und Freitag, auch noch einspringen kann für den Achim. Aber wir werden uns auf jeden Fall, wenn alles klappt, am kommenden Montag spätestens hören. In diesem Sinne, besten Dank euch und einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.